Die Männer, auch sie, gehen auf 45 Kilometer im freien Stil, in der freien Technik. Die Männer, die Russisch-Famanda Maladiezi. John Franco, categoria M5, 45 Kilometer, dietro il Russo Aleksandr Petrov e l'altro Russo Sergei Ivanov. Untertitelung des ZDF, 2020 Und damit auch Gratulation Team Russland. Und nun kommen wir zur...